Herzlich willkommen beim Wetter für drei für unsere drei Bundesländer. Sehr unterschiedlich war das Wetter an diesem Wochenende bei uns in der Region. In der Altmark kaum Sonnenschein, nur Temperaturen knapp über 20 Grad. Dagegen in weiten Teilen Sachsens blauer Himmel, Sonnenschein, heute zwar ein paar Wölkchen, aber insgesamt schien hier die Sonne am Wochenende zum Teil über 20 Stunden mehr dazu in unserer Spätsendung. Und hier gab es hochsommerliche Temperaturen, anders als im Norden von Sachsen-Anhalt. Überall war es aber an diesem Wochenende ganz schön windig und am meisten pustete der Wind natürlich auf den Brocken. Hier heute schwere Sturmböen mit 91 Kilometer pro Stunde in Spitzen und auch ansonsten an vielen Wetterstationen stürmische Böen. Man spürte den Wind wirklich. Der Wind wird morgen nachlassen, allerdings zunächst gibt es durch diese Front doch noch recht viele Wolken. Erst im Laufe des Tages entwickelt sich das Wetter. Auch heute Nacht wird es recht viele Wolken über Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen geben. Vereinzelte Schauer fallen noch, das Ganze bei Tiefstemperaturen von 17 bis 12 Grad. Morgen Vormittag ist es zunächst recht bewölkt, einzelne Schauer, Schwache sind noch unterwegs. Später lockert es von Nordwesten her mehr und mehr auf. Und der Nachmittag sieht vor allem in Sachsen-Anhalt, später auch im Westen Sachsens und in Thüringen recht freundlich aus. Das Ganze bei ein bisschen gedämpfteren Temperaturen als in den letzten Tagen in Sachsen. 17 Grad in den Bergen, ansonsten 21 bis 23 Grad. In den Tagen drauf werden die Temperaturen wieder ansteigen, wahrscheinlich Spitzenreiter der Mittwoch. Hier über 30 Grad, allerdings werden die wieder mit heftigen Schauern und Gewittern beendet. Das war es von mir, hier geht es weiter mit dem Sandmännchen. Tschüss. Herzlich willkommen beim Wetter. Sehr unterschiedlich war das Wetter an diesem Wochenende in Mitteldeutschland. In der Altmark gab es kaum Sonnenschein und recht tiefe Temperaturen für Sommer. In Seehausen heute nur 18 Grad, in Gardeligen nur 19 Grad. Dagegen in weiten Teilen Sachsens am Vormittag blauer Himmel, Sonnenschein. Hier stiegen die Temperaturen rasch in den hochsommerlichen Bereich. Görlitz mit 28 Grad, genauso wie Pirna. Und auch ansonsten war es heute sommerlich warm und erst am Nachmittag gab es Wolken und Schauer. Morgen werden wir insgesamt in den Tag mit Wolken starten durch diese Front, die über uns liegt. Und es kommt auch etwas kühlere Luft zu uns herein. Aber die Tage darauf werden die Temperaturen wieder ansteigen. Zunächst liegt aber eine laue Sommernacht vor uns. Erst zum Sonnenaufgang gehen die Temperaturen auf 17 bis 12 Grad zurück. Es gibt ziemlich viele Wolken für einzelte schwache Schauer, die noch durchziehen. In der zweiten Nachthälfte ist es dann schon meist trocken. Morgen Vormittag kann es hier und da noch ein paar Tropfen Regen geben. Insgesamt recht viele Wolken von Nordwesten her lockert es aber mehr und mehr auf. Der Nachmittag dann insgesamt von Nordwesten zunehmend freundlicher. Zum Abend hin werden die Aufheiterungen auch in Sachsen und im Süden Thüringens ankommen. Das Ganze morgen bei Höchsttemperaturen von 17 bis 23 Grad. Der Wind wird längst nicht mehr so bühig sein wie jetzt am Wochenende. Der Dienstag verspricht dann recht viel Sonnenschein. Sommerliche Temperaturen um die 25 Grad. Am Abend einzelne Schauer und Gewitter, die auftreten können. Der Mittwoch dann bis zu 30 Grad. Abends zum Teil wieder unwetterartige Schauer und Gewitter. Schaut im Moment, sieht es so aus, als ob der Donnerstag auch mit heftigen Regen örtlich dabei sein kann. Das war es erstmal von mir hinein. Schönen Abend im MDR. Tschüss. Untertitelung des ZDF für funk, 2017